Willkommen beim heutigen CSGO Matchmaking. Gestern im Livestream haben wir einen Loose eingefahren. Mal wieder. Hallo Team, hi Gabi. Aber in den Solo-Queues gewinnen wir oft. Ich hoffe, dass wir hier auch wieder gewinnen, denn der Lem muss nach wie vor gefestigt werden. Ich habe jetzt drei Wins in Folge gehabt. Jetzt wieder einen Loose. Gestern durch den Stream. Oder im Stream meine ich. Und ja, muss auch mal schauen. Bombe, ne? He's coming, man. He's down. Uff, war das die Bombe? Ich glaube, das war die Bombe, ne? Alter, ne, Riegel. Incoming, incoming. I'm sure, man. One shot. He's down. Oh, shit. Ah, ich habe ihn nicht gesehen auf dem Fahrrad. Darauf habe ich nicht geachtet. Der nächste Stream ist übrigens wieder am Dienstag um 18 Uhr, nur dass ihr Bescheid wisst. Aua. Warum habe ich ihn denn nicht gelegt? Oh Gott, die gehen A wieder durch. Oh my gosh. Jetzt können wir kaufen und jetzt kommen sie B. Ich weiß es. Und ich bin mir sicher, dass wir sie B halten können. Oh, nice. Aber auf A wurde einer gelegt, auf B wurde einer gelegt. Nice. Sehr, sehr gut. Schönen Assist mitgenommen hier mit der Nate. Nice. Oh, noch ein Assist. Alter, was habe ich alles gegeben? Mit da auf. So, last one shot. Maybe Apartments. Ich hoffe, dass Gelb da stehen bleibt. Yes, nice. Banana one. They're rushing. Fuck. Er holt hier lieber safe. Hat da recht. Vor allem habe ich nicht angesagt, dass ich Hilfe brauche. Ich hätte sagen sollen oder fragen sollen, ob er mit mir mitkommt. Auf Banane. Weil, ja, ich hätte jetzt nicht sterben müssen, wenn er dabei gewesen wäre. Aber wie gesagt, ich habe es nicht gesagt. Also, die Runde ist jetzt einmal wieder unnötig viel Scheiße im Auge, ne? So, endlich Carve. Jetzt flashe ich mich raus und gucke, dass ich das ganze Team lege. Ich hoffe, dass Geld mitkommt. Ich habe ihn eben drum gebeten, aber er hat bis eben eingekauft. Ich habe jetzt gestern übrigens diese schriftliche Ausarbeitung abgegeben. Oh, maybe B-Rush. Many smokes. Smoken sie mich, oder was? Wie frech ist denn das, bitte? Deshalb hätte ich nicht in ihren verkackten Rush gerannt. Bitte stirb jetzt nicht blau. Der andere ist U-Low. Ach, der steht long. Okay, oh man. Where's last one? Okay, ich schau. Die Gamblung ging nach hinten los. Also, dass wir eine 5 gegen 3 verlieren, uff, ist schon wirklich eine bittere Pille. Aber immerhin konnte ich dem einen Sack jetzt... They're coming. Oh mein Gott, die kommen einfach durch. Einer. Einer ist durchgekommen mit Bombe. Nur der. Sonst keiner. Ist ja noch frecher wie der Digl-Shot, den ich gedrückt habe. Die Jungs haben gesaved. Jetzt kommt eine weitere IOP-Runde hier bei Killer. Ich hoffe, dass sie jetzt halt keinen Rush machen, aber eigentlich sollten sie langsam spielen. IOP down. Also, hier ist einer Left Side. Oh. Ah, das war keine Flash. Okay. Es geht gut ab, darauf ab. Warum schuld? Edel. Sehr gut. Die Jungs haben es ordentlich geklatscht da auf A. Ich denke, dass sie jetzt direkt wieder einen frechen B-Go machen. Bestimmt. Es kommt kein Molly. Wow. Der rennt einfach direkt. Ist das ein besonderer Spawn, den man haben muss, um so schnell da zu sein? Beziehungsweise habe ich einen sehr schlechten gehabt. War das eine Mischung aus den beiden? Eher gut, ich irgendwie schlechte Spawn oder so. Ich kann eigentlich immer komplett frei zu meinem Holz rennen und dann laufen die da vielleicht gerade rum. Und da wurde wieder irgendwas an der Map verändert. Naja, aber die Runde haben die Jungs, denke ich, im Sack. Äh, sehr gut. Wir haben sie ihres Urins beraubt. Ich trau mich nicht vor, weil Gelb geht eh nicht mit. Ich bleib jetzt hinten stehen und chill. Ich hätte sehr gerne das 8-15, wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass mit den Boys auch B-T ziemlich zuckrig ist. Die spielen strategisch. Gut, Gelb geht nicht mit mir mit, aber ich glaube, er kauft doch jedes Mal ewig ein. Da hat die irgendwas. Ich glaube, der hat eine Ablenkung. Er kann nicht richtig fokussiert spielen. Oh. Genau. Wie ich hier noch genau an die Seite getroffen habe, der Sack. Oh, Gelb geht vor, Gelb geht vor. Dass ich das noch erleben darf. Gelb, ich bin am Start. Ich bin bei dir. I gotcha, yellow. I gotcha. I gotcha, yellow. Und wenn man hier gegen den AWP-König des Grauen spielt, hat mal geschisse. Kommt her, hier ist Säcke. Nein, nein, nein. Ich habe ihn gesehen. Nein, what? His low HP. Nice. Another one is half HP. Also da muss auch noch jemand anderes low sein. Die Kollegen haben noch voll drauf geholzt. Das war aber irgendwie dämlich, oder? In einem unbekannten Bereich vorzugehen, während man noch nicht die Waffe richtig in der Hand hat. Ich weiß, ich mache das auch oft genug. Ich weiß. No, no, no. Ja. Richtig nicer Try. War schon gut, war schon gut. Wenn wir jetzt bei Tee angenehm anziehen, dann passt das. Second Mate 2A ist angesagt. Jetzt müssen wir schnell durch. One down. Short is free. You can go away. One is long. Go for plant fast. One on spot. Nice. Alter, wie will die gerade überfahren? Oh, oh, Gisela. Komm mit, komm mit, Gisela. Nimm die die Waffe schnell. Gisela, hopp. Da ist einer. Here's library. Purple kommt. Oh, Purple, du Tier. Aber ich habe ihm noch einen Header gegeben. Ajo, 64. Stackery. Wir machen jetzt ganz langsam und fangen ihren Rush ab. Und dann ist das Lava. Incoming. Okay, let's go ahead. Let's go, Airflash. I'm going to plan for short. You can go apart if you want. I'm going to stay mid. He's going short. I'm apart. Und dann kommt der Rush wahrscheinlich erst jetzt. Okay, decoy. Ja, let's go. Und ist Church. Hier ist Church. Und B, let's go. Let's go. Jawohl, die Jungs machen gerade A komplett frei. Ich werde jetzt gleich auf Ding verschieben, auf Long und dann da abwarten. I'm going to stay long. Ah, City. Also, dann machen sie jetzt ihren Rush, oder? Komm schon. Oder halt irgendwas Pistol-mäßiges. Die haben jetzt die zwei Runden nach ihrem ersten Loser Vice City direkt durchgekauft. Das ist doch irgendwie retarded, oder? Die haben schon wieder geforced. Alter. Hier, das ist Mob City. Behind, 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 behind. Nice, sorry. Doch, keiner Unspot, okay. Oh, da werden ja richtige Träumchen wahr hier. Guck mal da. Also, die Kollegen sind jetzt am Hochdrehen ohne Ende. Das war echt schlecht. Ich bin wieder ins Dauerfeuer verfallen, das ich überhaupt nicht kann. He's down. I plant him for sure. One is library. Library coming out. Nice, he's down. Nice, he's down, weißt du, ich mach an 8-kill. Nice! Wow! Oh! Oh! Ich spiele gerade mit der anderen, ob sie nicht an der Maus, gefährliches Spiel. Mit down. Ich weiß nicht, was die jetzt versuchen. Die Forcen durchgehen. Die ganze Zeit forcen sie. At least one on B. Okay, I moll him. He's moll him. I flash him. Okay, let's go, let's go. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber dieses fokussiert sein ist verstärkt im Moment. Also, speziell in den Aufnahmen bin ich deutlich fokussierter als sonst. Ich gehe nicht nackt einfach in eine Runde rein. I can drop. Okay, let's go, let's go. Okay. Is apps down? The apps down, mid-down. It's planted for shot. It's planted for shot. I'm flashing, Pit. Nein, 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 alter. Okay. Skrrr. Ich würde niemals jemanden disrespecten und den Neifen. Mit dem Stat-Track-Neifen würde ich das, glaube ich, schon machen. Das kann passieren. Wow, mate. Banane kommt bestimmt gelaufen. Ajo, ich hole mal die B&B. B&B, B&B. Let's go, let's go, B. We ziehen die gerade komplett aus, ne? Also, ihr wisst ja, ich heb mich nicht großartig hoch. Vor allem, weil ich meistens sehr schlechtes in den Teams bin. Aber wenn es da mal vorkommt, dass das Time-Luck mit mir ist, Leute. Gisela. Ah, Gisela, du hast mich ein bisschen abgelenkt. One is rushing mit. Gisela. Naja, naja, kommt, Jungs, aber jetzt nicht den Draw holen, nein. Jede Runde, die wir hier spielen, kann man in Punkten aufwiegen, die noch zu machen sind. Darf da schon recht. Mit one down. Need help, need help. Oh, shit, shit, shit. Need help. Fuck. Ich glaube, ich hab den Munzen voll genommen. Nein, 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 nein. Oh, oh. Na, sorry. He got four HP left. Oh, four HP left. Seine haarige Mutter, oder? Das ist doch nicht wahr. Seine Mutter ist wahrscheinlich ein Wookiee, oder sowas. Jetzt holt nicht den Draw, hat sofort auf. Ey, fast, fast. We need plant for a short. Okay. Pit is down. I'm gonna stay pit. You can plant for short. I'm Molly Library. He's last. We can just wait. War doch ein nettes Spielchen, oder? Guck mal da. Passt doch auch von den Ranks. Ja, gut, die anderen sind gegangen. Ich nehme an, dass das halt auch Lems, oder, ja, doch eher Lems waren. Dann würde es nämlich passen mit der Spiegelung der Team Ranks. Also, ich glaube, ich stehe wirklich sehr stabil auf Lem. Und wenn noch zwei, drei, vier solche Spiele hintereinander kommen, dann ist, glaube ich, auch der Supreme langsam wieder so ankratzbar. Heute gibt es für euch in diesem Video ein kleines Giveaway. Und zwar, nicht dieser Sticker, weil da hat er jetzt eine Handelsscheiße. Aber, es gibt für euch irgendeinen Sticker. Wahrscheinlich den hier. Für irgendjemanden, der hier unten in den Kommentaren kommentiert. Ihr wisst Bescheid. Hasselt rein. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Hasselt rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an Game Boy 7, Syracuse, Wask, Oleg, Götz, Adrian, Idris, Lars, Sebastian, Nico, der Profi, Manis, Noor, Kodkodak, GeForce, Angrapp, Manis, Win, Again, und Christian, G! Bis zum nächsten Mal.